Montororo, 8 Uhr und 10. Was für ein geiler Sonnenaufgang. Guck mal da, ist das nicht schön? Wollte nur sagen, ich habe heute Morgen schon zweimal die Polizei angerufen. Interessiert aber keine Sau. Ist so. Guck mal, was sich da tut. Ist doch der Hit, oder was? Fan jeglicher Beschreibung. Tja, ist einfach so. Wie gesagt, kümmert sich aber keiner drum. Da haben wir noch mal den schönen Sonnenaufgang. So. Wie gesagt. Und da ist das absolut geile. Das ist doch der Hit, ne? Ich finde ja.